Hallo zusammen, demnächst beginnt wieder die Adventszeit und passend dazu erscheint am 8. Dezember, die Ausgabe Nummer 176 der Zeitschrift OKI, mit meinem Workshop zum Thema Wie registriere, interpretiere ich klassische Weihnachtslieder? Häufige Frage meiner Musikantenfreunde, welchen Sound, welchen Style verwendest du? Thema Styles Natürlich bieten unsere Keyboards spezielle Christmas-Styles an. In diesen Styles sorgen oft Schlittenglocken oder Tubular Bells für Christmas-Feeling. Ich dagegen nutze lieber die Ganzjahres-Styles. In der nächsten Ausgabe von OKI findet ihr Vorschläge für 25 klassische Weihnachtslieder mit Angaben zum Style, zum Tempo und zur Variation des Styles. Als Beispiel spiele ich nun einmal das Weihnachtslied Leise rieselt der Schnee mit dem Shanty-Walzer. Dafür nehme ich einfach den Seemann raus, das Akkordeon. Und hier mein kleines Hörbeispiel Leise rieselt der Schnee. Leise rieselt der Schnee. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020